Norddeutscher Rundfunk 2020 Norddeutscher Rundfunk Norddeutscher Rundfunk Süßes oder Wokes? Wokes? Was? Also, es heißt doch Saures, oder? Und warte mal, wie alt seid ihr überhaupt? Was soll denn diese Altersdiskriminierung? Das ist Ageism! Also, letzte Chance! Süßes oder Wokes? Sorry, aber wir sind komplett ausgeräubert. Na dann... Wokes! Aha! Das ist ein klarer Fall von Brown-Facing! Das bin ich nicht. Ey, was geht mit dir? Das ist meine Mutter! Ja. Du meinst gebärende Person. Alter! Wie soll denn da jemand mit Rollstuhl reinkommen? Ist euch Inklusion scheißegal? Nein. Also, zum Glück sind wir nicht im Rollstuhl und kennen auch niemanden im Rollstuhl. Nein, kennen wir nicht. Kein Wunder, wenn ihr so wie ihr sagen würdet behindertenfeindlich seid. Ableistisch. Ha! Harry Potter und der Stein der Weisen! Was hast du gegen Trans-Personen? Was? Gar nichts. Wieso denn? Weißt du eigentlich, was J.K. Rowling so twittert? An Vokio! Incendio! Incendio! Ein Didgeridoo? Ja. Das haben wir von unserer Hochzeitsreise aus Australien mitgebracht. Das ist kulturelle Aneignung, Mann. Das ist konfisziert. Aber das ist aus Australien. Hier. Das hier ist dein Didgeridoo. Aber eure Toilette ist nicht genderneutral! Die benutzen wir doch beide. Achso. Scheiße. Du bist gecancelt! Also langsam reicht's. Ihr sucht ja förmlich nach Sachen. Wenn ihr das so übertreibt, ist es echt kontraproduktiv. Aha! Sojasauce? Ey, ihr habt doch gar keine Ahnung, wie Menschen in Asien damit kochen. Ich hab selten sowas Asoziales gesehen, wie euch beide. Asozial? Hey, du weißt aber schon, dass es Nazi-Vokabular ist, oder? Nazi-Vokabular? Ey, das glaub ich jetzt nicht! Ey, ich wusste das nicht! Sorry, sorry! Nein, ey! Ey, warte! Das ist ein Horror. Also ab jetzt wähle ich die AfD. Was an der Mediathek oft kritisiert wird, ist ja die fehlende Kommentarfunktion. Und mir ist das Feedback trotzdem wichtig. Also habt ihr jetzt die Gelegenheit, verbal zu kommentieren. Und zwar ab jetzt. Das sind ganz wichtige Punkte. Ich nehme mir das alles sehr zu Herzen. Was wir daraus machen, seht ihr hier bei uns in der Mediathek.